Graffiti-Rap-Battle, Qualifikationsphase Die meisten Rapper sind hier nur übertriebene Blamase Sie nannt zum Beispiel, lädt viel zu viele Pausen ein Und rappt ironischerweise über irgendein fette Schwein Oh, was ein krasser Reim Ein silbiger Scheiß, EMPS, der eure Runden hier ein Einfach mal zerreißt, ihr denkt langweilig und monoton Reicht als Qualifikation, doch ich beweis euch eine Qualifikation Denn EMPS steht für Qualität und vielseitig Und nicht zu vergessen, auch für Qualität und vielfältig Ihr wisst alles so langsam, da muss man drüber sprechen Langsamer geht nicht Langsamer wäre Rückwärtswappen Was soll ich hier noch sagen über dieses Standard-Berb Ich bin ein Anfänger und in einer Minute einfach Eis der Standard besser Und eins will ich noch zum Schluss betonen EMPS ist übergroß und mächtig, so wie Großstadtmetroporen Ich bin ein Anfänger und in einer Minute einfach Ich bin ein Anfänger und in einer Minute einfach Ich bin ein Anfänger und in einer Minute einfach